Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Timo, einmal kurz, ja, also herzlich willkommen. So, Timo ist gerade im Essen, wieder lecker Joghurt, das ist eine Leibschweiße, er mag Joghurt. So, und, äh, ja. Okay, die treiben komische Sachen. Erfrischen, duschen, nein, der soll nachdenklich duschen, einfach aus seinem Wunsch irgendwie, das ist aber andere Wünsche schon wieder. Glücksgefühl, was hat er da noch? Zum Musik, Stereo, und Tanzen. So. So, okay. So, das ist aber jetzt schon mit der Nacht. So. Okay. Frischgeduscht. Was kann er hier noch? Er muss machen. Er kann es verbessern. Er kann, also er kann es nicht. Er kann auch gar nichts. Später jetzt. Okay. Ach, hier. Kreativschirsch. Zeichnen. Zeichnen. Äh, Monster, Leute. Monster. Was soll er jetzt noch machen? An einer Liedarbeiten. Ich habe jetzt mal den Kreativtusch besorgt, ja? Dann kannst du an einer Lieder wieder arbeiten. Alles klar. Okay. Musik. Er mag mal Musik arbeiten. Interessant. Okay. Okay. ist egal das ist ja dann also relativ auszulassen ja 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 die folge Minister So, aber wir wollen nur ein Musikstück arbeiten. So, Liedschreiben, alles klar. Impulsieren, ein klassisches Stück, rätselhafter Rhythmus, wunderlicherweise, lebendigerweise. Improvisiertes Stück. So, hopp, dann machen wir das Ding mal aus. So, alles klar. Geht los. Mal gucken, ob er sich da einfallen ist. Die sind auch immer dieselbe, ne? Ich glaube, sie hat eine schlechte Nacht. Ich kann kaum schlafen. So, was mir auffällt, weil ich wollte die eigentlich mal zum Sportcenter schicken, speichern und zur Weltverwaltung gehen. Aber mir ist aufgefallen, der findet ein Sportcenter. Die haben gar kein Sportcenter. Museum haben die auch kein Sportcenter. Oder hat mich da verguckt? Doch, die haben hier einen Sportcenter. Das habe ich euch gesehen. Da ist ein Sportcenter. Ja. Nachtclub. Schädliches Musik. Pass auf, das ist ein Kino, ne? Können wir da noch was hinzufügen? Können wir da noch was hinzufügen? Mal gucken, ob das geht. Kann er was? Ne, dann ist das so. Das ist dann, nö. Das ist ja nicht das Richtige, was ich machen wollte. Ne. Nein, ganzes Gebäude wollte ich da hinsetzen. Das ist nicht richtig. Das wollte ich nicht. Nein, das ist falsch. Machen wir das denn hier. Geben wir zurück. Das wollte ich nicht. Ich hätte ein stetisches Gebäude hinsetzen. Wie macht man das denn hier? Haushalte verwalten. Galerie öffnen. Was haben wir da für die Galerien? Was haben wir da für Bilder? Schon drin. Was soll die von uns? Nö, die sind nicht von uns. Die sind so allgemein, ne? Sagen wir mal nur diese drei. Was soll die da noch gelös? Ne, das ist nicht richtig. Ich kann da nichts machen. Zurück zum Weltbild. Nein. Das ist schade. Man kann es nicht machen. Was ist denn da los? Das war nicht gereinigt für den Haus, aber ja. Ne. Nichts zu wollen, ne? Ne, kann man nichts machen. Wieder zurück. Kann nichts machen. Schade. Das Haus müssen wir auch mal verändern, ne? Uns fehlt aber die Kuhle. Die beiden machen keine Kuhle, ne? Hm. Ja. Das Haus muss irgendwann ein bisschen verbessert werden. Ja, gehen wir wieder hin. Ja. Ja. So. Hm. Zum Entspielen. Zum Entspielen hast du irgendwann gespielt. Du musst ein anderes Instrument lernen. Du musst ein anderes Instrument lernen. Moment. Da gibt es bestimmt was. Moment. Lass mal schauen. Instrumente. Kinder. Da gibt es keine Instrumente. Doch da. Das sind Kinderinstrumente. Kindergeige. Amateur. Und da gibt es geige. Was war 320 Euro? Die sind die 300 Euro? 80 Euro. Ich fange mit der an. Schöne die. So. Falscher Knopf. Halt die Richtung. So. Stellen wir da hin. So. Da ist das. Was weiß ich nicht. Da wollte ich. So. Dann kann er hier diesen Instrument üben. Achso. Das kann natürlich noch gar nicht spielen, ne? Das üben wir mal ganz schnell. Das ist natürlich doch echt schlimm, ne? Wie spiel das? Oh, Montag 2 Uhr. Macht nix, er ist so fit. Das dauert noch, bis er vernünftig spielen kann. Er tanzt. Okay, wir bleiben bei ihm. Das dauert noch, bis es zur Musik wird. Ich habe Hunger. Ich glaube, wir müssen die Level noch schaffen. Aber es gibt nichts zu essen. Einfach essen. Okay. Was ist das denn hier eigentlich für... Ich will hier so viel tanzen. Ich komme hier auf irgendeine Teste, ne? Kann sein. So. Und jetzt. Jetzt erst mal noch Joghurt noch. Und Pause. Erst mal ein bisschen was. Okay. Ich setze jetzt mal ab. Blablabla Sprache. So. Ja. Jetzt erst mal was. Dann wollen wir auch schneller hier zeigen. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben noch Termine. So. Wo ist die Schule, ne? Schultermine. Acht Uhr, genau. Was ist das? Was war das? Was war das denn? Nach hinten hin, du Umarm. Ich weiß nicht, was Neues. Krass. Oh Mann. Jetzt spielst du auch schon so lang auf Magd. So. Dann machen wir ein bisschen Diggerchen. Da ist die Schule. Was ist das da los? Und Schule besuchen. Ah ja, gut. Entschuldigung. Schlafen zu Ende. So. Auf geht's zur Schule. Auf geht's, Timo. So. Und die Olle. Wie fühlt es mich jetzt mal doch um die Olle kümmern? Die wird immer fetter. Da haben wir kein Problem mit. Wenn er dann zu Dinks geht. Geht sie. La 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 la. Sie geht zum Sportcenter. Da wird geschwitzt. Da werden die Fette abgearbeitet. Hm. Ruhig mit ihnen zusammen. Warum nicht? Mal sehen, ob wir die beiden noch zusammen kriegen. Wenn man noch männlicher Paar zu Hause ist. Hm. Aber ich freue mich ja gar nicht nur um sie kümmern. Aber ich fand, die ist ein bisschen zu fett geworden. Na? So. Jetzt wird Fett abgebaut, meine Beste. Trainieren. Zusammen trainieren. Auf geht's. Geht los jetzt. Zusammen trainiert sich das besser. Auf geht's. Gibt keine Leute. Huch. Die hört gar nichts an. Äh. Das sind ja mal einige. Ähm. Ja. Die Klaus-Schüsse sind fehlerhaft. Und wenn sie sich grad die fehlerhaften Stücke anziehen, dann sieht es so aus. Gut. Dann beschreiten wir mal. Da guckt's. Und weggeschwätzt, ja. Was ist hier denn? Was ist hier denn? es ist abkommen tatsächlich die hat sich verpüsst das faule stück jetzt muss die arbeit die stupe nach hause super. Dusche. Schalten. Dann gehen wir auf Timo. Bist du fertig? Dann Erfrischt duschen. Nein, nein, wird nicht geschlafen. Ja, kaum mehr, dass man schon Erfrischt duschen. Und damals so dann Hausaufgaben. Natürlich, war gleich dran, Hausaufgaben bringen. So. Alles fertig. Der Junge ist fertig. Er ist auch echt sehr müde. Ich glaube, ich muss aber noch schaffen. Hier kommt er. Ich glaube, Junge, das schaffst du schon noch. Hausaufgaben machen, dann beschleunigen wir. Hopp. Fertig. So. Fertig. Okay. Und dann hast du hier noch dein Schulprojekt. So. Und dann machst du jetzt nicht fertig. Jetzt muss ich jetzt mal schlafen. Das geht genauso. Die ist tatsächlich arbeiten. Ja, genau. So. 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 Okay. Weitlich... mehr aussehen, das hat mir immer gesagt. Weitlich mehr aussehen. Tipp, 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 tipp. Weitlich noch was anziehen. Weitlich noch was anziehen. Ob wir einen anderen... Sollte ich was anziehen? Weitlich sollte er was anziehen. Sch-sch-sch-sch-sch-schsch-sch... Verlegen... M-mm-mm... Mal das. Oh, ich steh ihn essen. Hä? Was ist hier oben hin? Ich habe dort ein Buch. Ich hab das schöne Anzeige. Wovon ihr es wird berichten können, dann muss er auch schlafen. So. Ach, hätten wir uns vorweg gehen sollen. Okay. Dann bitte nach Timo. Süß man die. So. Oh, die auch mal hier. Ob wir mal ein Auto machen? Was haben wir denn? Före und normale Geschichte. Können wir mal lernen. Können wir nicht mal kennen. So. Kommunikation von alleine, oder was? Natürlich, ich sitze hier an dem fremden Computer hier. Machen wir die eigentlich auch nicht, ne? So. Lass uns mal reden miteinander. Ansonsten interessiert uns ja auch der Timo. Und der schläft. Das versteigen wir mal ein bisschen. So. Mal gucken. Was wäre das nächstes tun? Hm, hm, hm. So, ich schläft. Ich habe schon Turbo an, aber es ist trotzdem echt langsam. 2 Uhr, 3 Uhr. Kleiner ausgeschlagen. Man muss aber da eben auch Tonelette. So, verwenden. Hände waschen. Zähne posten ist ja wohl klar. Ja, ja, doch. So, muss ich raus. Alles okay. So, Hunger hat er. Das kann er dann nach dem Zähne putzen mal essen. Ich freue mich mal erstmal fertig hier. Hände waschen. Nochmal eine Waschung. So, gut. Was du so tust. Hände waschen muss also nicht mehr reintun im Programm. So, er möchte essen. Schnelle Mahlzeit. Jo, gut. Hä? Wo geht er hin? Und Schulzeit? Nö, es ist 6 Uhr erst. Warum geht er raus? Muss ich nicht verstehen. Auf jeden Fall muss er hier mal aufräumen. Dann fähre ich jetzt nochmal schleunigen wir auch wieder. S. So, warte, sauber. Jetzt so. Na, eine Stunde muss er hier zur Schule. Dann, ähm. Nein, wir gehen vor sich um zu arbeiten. Äh, Timo, was soll das? Auch mein Schema. Aufräumen. Bängel, bängel, bängel. Dummes Zeug im Kopf. Nur dummes Zeug im Kopf. Kleine hier. Nein. Der steht da rum hier. Äh, so. Achso, halb Stunden hast du noch da rumzupasteln. Bapp. Okay. Okay. Schreie mal. So, dann muss er leider zur Schule. Jetzt zur Schule. Ja. Ja. Mach nachher weiter. Okay, ich glaube, wir haben wirklich jetzt wieder unsere Minuten voll. Zumindest 15 Minuten soll die Folge hier haben. Klappt es mal nicht immer? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Wenn wir begonnen haben, mach, vielleicht gehe ich jetzt zur Schule. Ah, nee, lass uns das Projekt noch zu Ende machen. So, wie wir uns selbst das Projekt noch zu Ende ist. Ich glaube, sie geht jetzt auch arbeiten. Ach, erkältet. Oh, wo ist ein Nebenjob oder so? 150. Angespannt, was ist denn da los? Braucht vergnügen. Ja, kommt doch. Hat ja kein Spaß. Er kommt nicht über eine Eins. Das ist natürlich sehr frustrierend, ja, natürlich. Ah, da hat mir nicht Spaß. So, komm. Ist er schon zu Hause? So, komm vorbei. Ist nicht allein. So, da sind wir jetzt schon wieder. Aber nein, vorsichtig gearbeitet. Zack. Lalalala. Macht das mal fertig? Macht das kein Spaß? Super, super. Da muss doch Spaß sein. Das kann doch gut sein. Nee, so richtig Spaß macht das ihm nicht. Kann ich helfen? Wo ist er denn? Um Hilfe im Projekt bitten. Da siehst du wohl. So, dann ist er fertig. Ist auch noch da. Okay. Die muss man in die Küche aufräumen. Der qualmt mich komisch. Er hat jetzt erstmal nur wenig Spaß. Er ist erstmal ein Joghurt essen. Schnelle Mahlzeit. Joghurt. Ich muss in die Küche. Er ist kurz recht nicht verdorben. Ja. Okay. Ich würde sagen. Geh er wieder raus. Nein. Das machst du auf jeden Fall nicht. Ja, mal zwei Joghurt. Ach, Mensch, wie das kaputt gegangen. Sie repariert so. So, jetzt ist es auch am Ende. Schlechte Laune. Dann hier verwenden. Ich mache da alleine. Wer das denn gemacht hat. Ich habe jetzt ein Instrument noch. Die Spiele üben. So, auf geht's. Zack. Oh, macht das Spaß? Musik geschrieben macht ihm ja generell Spaß eigentlich. Hat er Hände gewaschen? Er hat Hände gewaschen. So. Das macht mir Spaß. Das ist total schrecklich. Das ist aber. So eine Hausaufgabe machen natürlich. Das ist besser, ne? Fies, ne? Voll schlafen. So. So. Ja, ja. Nicht egal. Gleich hast du es geschafft. Dann muss ich mich auch noch schnell fertig. So. So, zur Seite. Ausrücker machen. Schaffst du. Und dann schlafen. Gut. So, auf geht's. Ja. Auf geht's, okay. Aber jetzt haben wir genug, ne? Ich habe schon wieder Hunger. Hm. Wie noch Toilette. Ach, Toilette ist kaputt. Ach du Scheiße, ey, so. Reparieren. So. So. Schlecht unruhig. Ich habe wieder verdorben. Das ist in Küchen. Dann seht ihr das schon wieder. Verdorben ist nur aus. Ausrücker. Okay. Seitdem da stehen, ein Programm. Ansehen. Ach so. Der Wort schlafen. Okay. So. Auf wieder sauber. Was ich muss in der Dusche haben. So. Schauen wir mal. Hey, schauen wir das gut. So. Alles klar. Oh, der kleine Hunger. Nehmei. Zeit. Nehmei. Ich glaube, hier ist er ausgeschlafen. Oh. Da muss der Susse ausstehen. Hopp. Nehmei. Schnell essen. Okay. Ja. Was ist da los? Aufräumen. So. Er ist aufweg zur Schule. Genau. Nehmei. Sehr schlimm aus. Alles klar. Timo zur Schule. Und wir machen jetzt Schluss für heute. Und ich muss jetzt auch Pause machen. Wir kriegen jetzt auch schon zwei Stunden hier am Bildschirm. Ich ziehe das nicht mal so viel ab. Bevorstelle ich sonst immer. Das sieht sehr erfolgreich zu essen aus. Okay. Ja, okay. Darf ich wohl bis demnächst. Das hat bestimmt ganz leckeres Essen. Na gut. An dieser Stelle. verabschiede ich mich. Und wünsche euch was. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.